moin leute willkommen hier bei michabellum das könnte echt gut werden so ich habe jetzt nämlich einen plan was ich halt machen wollte wäre nämlich ich würde gerne mal ein oberherr wasch machen wirklich dass ich so hardcore darauf gehe dass ich wirklich das halt einfach echt krank wird weißt du und ich würde jetzt glaube ich sogar mal eben ich überlege soll ich das aufwerten ich glaube ich mach erst mal hier kommt zwei ist besser ja wir brauchen jetzt noch keine aufwertung ist cool ok 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 jetzt ich muss das geholt hat dafür geld aus hat er sich geld dafür geliehen oder was ist das für ein spezialist ok die mein gebäude fällt jetzt genau wenn wir arbeiten schon gekehlt haben das ist ganz gut jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen weil die mustangst tot sind und jetzt werden wir immer mehr im oberherr sparen habe ich gehört mensiver ausbildung wäre ganz nice klar aber das machen wir nicht ja die kriecher werden als erstes da sein ne schade hm ich muss verspreche das geld einfach kommen das gebäude hat sich nur erhöht ok wenn wir ein bisschen verlieren am anfang ist das ok für mich denn ich möchte auch nicht dass es jetzt so einseitig wird weil dann wenn es wirklich dann funktionieren sollte mit den oberherrn das ist dann ja nur eine runde dann aber dann wiederum möchte ich auch nicht voll aufs maul bekommen was ja auch verständlich ist ne naja ich glaube ich sollte mir selber mustangs holen auch weil die sind in kombination mit oberherrn wasch echt gut eigentlich weil die arg lights ähm brauchen zu lange irgendwas was ich gut verkaufen kann hm ich weiß nicht was ich gut verkaufen kann ne ich meine die würden tanken ganz gut für ne gewisse zeit vielleicht wäre das erstmal ne option ein bisschen da nicht zu hoch aufs maul zu kommen das glaube ich ganz nice ja im 15.000 eben das sollte gehen hm 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 mustang wo ist denn das ding da hm 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 ersten Oberherr schon. Hat er sich die Typhon geholt ne? Ja, macht Sinn. Äh, Typhoon, nicht Python, Alter, what the fuck. Der Typhoon. Hm. Schlechtes Timing, dass wir jetzt Gebäude verloren haben. Ist auch nicht schlimm. Ähm. Wasformen bringt mir halt gar nichts, Alter. Guck dir das an. Wenn ich dir irgendwas nicht mache, die schreddern das weg. Das ist schon mal absolut für den Arsch. Warte mal, hätte ich jetzt zwei intensive Ausbildungen haben können, wenn ich das genommen hätte beim ersten Mal, ne? Klar. Lol. Das ist schon krass. Ich hab jetzt keine Ahnung, ich nehme es immer mal. Komm, warum nicht. Hm. 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 Ok. So. Okay. Oh, okay. ich wusste es also ich habe mir ich wusste es nicht aber ich habe mir gedacht oder eigentlich wäre es ja clever von ihm jetzt stahlkugeln zu nehmen und hier hin zu platzieren lustig weiß ja was ich dagegen gleich machen warte mal das war ganz neu ist auch nicht für mich nicht einfach gleich kriecher hin machen den übel schaden output geben an dem ich einfach diese fähigkeit hier nehmen und dann was das denke selbst wenn ich das jetzt auf max stufe klatsche bräuchte das auch gar nicht machen weil dann geht das so schnell dass die wieder vom leben also dann geht das so schnell dass die mp weg ist das ist halt echt genial also das geile ist ich habe meine tics sind das hier und wenn ich dann das drücke kann ich einfach alle nach rechts klatschen ihn über rennen so mein plan zumindest wenn wir jetzt drei ob er oder so weh für ihn nicht für mich antindifferenz modul schlag spezialist gewitter ich glaube schlag schlag spezialist macht sinn für uns ich könnte sagen dass die eigentlich auch nur hier ein bisschen als erteilung noch gehen machen wir das klicken wir da drauf ich dachte wenn ich das so mache ich glaube ich glaube ich auch keine Aha, Mustang ist da jetzt noch hingepackt, interessant. Ist das jetzt schlecht? Die eine ist tot, oder was war's? Was würden sich hier auch gar nicht jetzt anbieten, das zu tun, denn die wären eh nur da und dann halt nicht mehr. Die würden halt so überrannt werden, dass es halt macht keinen Sinn. So durch die Geschwindigkeit der Schüsse ist das echt gut mit den Oberherren. Hm. Noch wieder mal was Lustiges. Ah. Das hättest du jetzt ein wundervolles Gefühl. Kann mich natürlich irren, aber ich hoffe der Oberherr trifft übrigens das. Danke. Woher hat denen das gegeben? Okay, ja, macht Sinn. Ob das jetzt so mega geil ist. Das finde ich natürlich, dass die schießen an sich, deswegen. Was ist doch eine gute Idee, wie scheint. Hat der funktioniert bis jetzt? Ob das jetzt wirklich die letzte Runde ist? Boah, wenn, dann müsste er auch ein paar Oberherren von der Kehlen, aber ich glaube, kriegt er das hin? Kriegt er, kriegt er echt hin? Kann ich mal ein bisschen Schmienkram machen hier. Jetzt auch, ähm. Boah, ne komm, das ist zu krank, oder? Was wäre denn das Beste, was man jetzt gegen seinen Kram machen kann? Genau. Vulkan mit übelst Feuer. Deswegen, wenn wir das jetzt auch machen. Hä, vielleicht nicht zwingend den verkaufen sollen, der, ne. Aber hey, ist auch egal. Hm. 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 Das ist gut. Das Ding ist, das könnt ihr einfach so wegmachen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hm. Hm. Wobei, wenn die so weit hinten sind und ich das Feuer da schon mache, warte mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich den weg mache und dann hier noch einen platziere, um halt die Dinge zurückzunehmen. Das ist auch egal. Ja, das ist ganz schön gut. Ja. Ja, so viel Mustangs Feuer ist halt übelst schlimm für ihn. Ich denke, dass das ganz gut funktioniert. Hm. Hm. Ich habe das Gefühl, dass er nicht dafür gehen wird. Eigentlich ist das perfekt, was man machen kann. Ja. 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 das so komisch aus keine ahnung ich muss den übelst überrennen jetzt deswegen machen wir den stärksten mal nach hinten und dass der auf jeden fall dann ganz gut dabei ist der ist echt schlecht mich dagegen und ablenkung haben wir hier ganz gut das gleiche gemacht wie okay ich genau hau den mal weg den arsch was wir dann ja erste gebäude fällt jetzt kommen von der rechten seite und klatschen alles von ihm weg das ist doch schön hat er das gebäude verstärkt ich kann jetzt leider nicht sehen aber ich glaube er hat es tatsächlich gemacht so ich liebe diese fähigkeiten auf den oberherrn die sind so geil gg ich hätte jetzt noch gerne geguckt verdammt jetzt mal auswählen schmeckt geklickt na egal ja das war es auf jeden fall mit einem röntgen mechabellum genau 1000 das ist cool wie wir dafür sind bis zum nächsten mal schau ja 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 Vielen Dank.